An Weihnachten schauen wir auf ein neugeborenes Kind. In jedem neugeborenen Kind begegnet uns das Wunder des Lebens. Niemand hat das Leben aus sich selbst. Das Leben ist ein einzigartiges, großes Geschenk. Das macht es so wertvoll. Zugleich ist das Leben immer wieder bedroht. Auch dafür steht der Blick in die Krippe. Und wir erfahren es jeden Tag. Kein Bett mehr frei in der Stadt, so erzählt die Weihnachtsgeschichte. Weihnachtsgeschichte und sie sagt damit, jeder Mensch ist darauf angewiesen, einen guten, sicheren Platz im Leben zu finden. Das Kind braucht ein Dach über dem Kopf, es braucht Eltern, die für es sorgen. Erwachsene Menschen brauchen andere, die da sind, die beraten, die helfen, die unterstützen, die trösten, die heilen und vieles mehr. Das Kind in der Krippe steht mit seinem Leben und seiner Botschaft dafür, ihr seid als Menschen da, um füreinander da zu sein. Wir leben von der Liebe, die wir empfangen und die wir anderen geben. Zugleich weist das Christuskind über jede menschliche Liebe hinaus. Mit seiner Geburt ist die Botschaft in der Welt, Gott schenkt Leben. Und Gott umfängt alles Leben mit seiner Liebe. Das ist das Geheimnis der Heiligen Nacht. Das ist das Geheimnis des Lebens. Deshalb hört die Worte der Engel in dieser Nacht, fürchtet euch nicht.